So, jetzt aber schnell, Brüggefahrt aus. So, jetzt Beeilung und Haar. Nicht so, dass wir wieder... Dann kann man zwei Meter vor dem Ziel draus gehen. Geil dich, geil dich. So, dann kommt die Nummer eins von drei. Dann fahre ich erstmal hier was über eine Shell, das war's. Und damit heiße ich euch jetzt auch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Aftfall Insanity. So, komm, Lauf, Junge, Lauf. So, Waffe ziehen. So, nachladen. Und der erste steht schon wieder auf. Aber das macht er nicht lange. Das war's für ihn. Ich habe eine halbe Minute länger Zeit, wie beim letzten Mal. Und ich weiß ja wenigstens, was ich tun muss. Ja, das wissen wir. So. So. Dann bewegt dich, du Scheißkram. Es ist richtig übel, wie lange der sich tatsächlich Zeit lässt. So. Einmal absetzen, bitte. So, dann den zweiten. Das zweite Hindernis aus dem Weg schaffen. Was mich ein bisschen wundert, ist tatsächlich, dass wir nicht über die Hindernisse hinwegsteuern können. Man sieht aber auch nicht, ob das an irgendwelchen Bränden liegt. Also, rein theoretisch könnte ich ja jetzt auch einfach nach rechts gehen, zwei Positionen. Aber das wieder nicht so ganz. Nein, wir müssen erst die beiden Hindernisse weg schaffen. So. Und jetzt. Komm. Zwei Minuten. Bisschen mehr wie zwei Minuten. Fahre das Ding dahin. Oh Gott. Dankeschön. So. Mit Glück nehme ich jetzt noch ein Hämmerchen mit. Komm. Und jetzt ab nach unten. Boah. Dieser Spritmodus. Ne? Den würde ich manchmal gerne ein bisschen in die Tonne nehmen. wegtreten. So. Eine halbe Minuten. Ich denke, dass... Jetzt fährt erst die Pucke aus. Willst du mich verarschen? Es ist noch reichen. Geschafft. So, ab geht´s, bevor hier alles zusammenbricht. Tschüss. Wir sagen gläu tschüss, kehr neben den Rücken. Und das muss wohl der Weg sein, durch die Stadt durch, auf die andere Seite. Ich hoffe es doch. Auf Rungenschaft reingeschaltet Mania. Äh, 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 seht ja mal verstärkt aus. Da drüben ist der Bahnhof, oder was? Oh, Schiene im Arsch. Boah, egal noch so. Oder auch nicht. Nein. Nein. Da liege ich. Ein bisschen mitgenommen, aber ist immerhin noch am Leben. So, wieder mein Kontrollpunkt im Hinterhof, Kapitel 15. So, so, the glorious glory ends. Walna Polska. So. 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 Das ist gar nicht mal so falsch. So. So. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ein Radio. Hol-radio. Wo geht es weiter? Ich muss sie finden. Es sieht aus, wie ich einen Detour habe. Ich finde Carolina. Was ist so geil? Habe ich eigentlich irgendwelche... Nein. Ich habe nichts. Was ist ein Vogel? Was zum... Halt auf mich so zu erschrecken. Oha. Du da. Erkunde den Bereich. Was haben wir denn da? Da ist doch einer drin. Was zum... Was? Ich will das mal sehen. Es gibt einen Flachverlust. Oha. 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 See ya? Das war zu nah, aber... Ja. Oha. Ja das war zu nahm. Oh, eine Notiz. Um sein Appartement zu betreten, wirst du logischerweise einen Schlüssel brauchen. Zufällig habe ich ein Exemplar für dich oder einen deiner Leute. Ich finde ein gutes Versteck dafür, den Topf. Ich will nicht ständig wiederholen müssen, wo ich ihn versteckt habe. Also behalte diese Notiz für den Fall, dass du es vergisst und hinterher den Schlüssel wieder in den Topf legen. Verstanden? Ich wünsche keine Diskussion darüber. Was auch immer er darin versteckt ist, wird bald uns gehören. So, so. Ich muss... Moment. Da ist doch was. Da ist doch irgendwas. Oder war das... Was zum Fick! Das ist auf der anderen Seite. Ah... Schlüssel aufgenommen. Wie sieht es denn hier aus? Hätte in der Zwischenzeit nicht mal hier jemand. Kriegsspiele im Fernsehen. Die Tür geht nicht mehr. Oh. So gut, dann gehen wir mal eine Etage nach oben. Was zum... Was zum... Hä? Ich hab dich genau gehört. Oh. Ein Bein. Ein abgenagtes Bein. Was zum... Was zum... Geier... Äh... Okay... Okay... Okay, das sollten also ein bisschen vorsichtiger sein. Das scheint so, wie wenn hier ein paar Fallen drinnen wären. Oder sein könnten. Meine Sicherung aufgenommen. Zwei fehlen noch. Achso. Das ist eine Aufzeichnung. Ah! Hm. Was zum... Was zum... Wer ist das? Every citizen of Glory who truly desired freedom wanted this. I was merely a hand that made their wish come true. Don't look at me like that. You were no different. You despised all those rules and all the people following them. No. I... I was frustrated with them. Despised. I despised only the thing they represented. Ich habe sie niemals lieb. Sie waren Menschen inocentes. Sie waren nicht so ein Wettbewerb. Oh, bitte. Niemand ist inocent. Sie haben für ein Polis-State leben nur ein bisschen länger. Eine Geschichte wie so ist nicht wirklich leben, Takai. Das tut nicht verletzt, um alle diese Menschen zu töten. Das tut. Weil sie nicht mit deinem Wettbewerb? Ja. Weil sie in deinem Weg waren? Ja. Und die Colonel? Nein. Was? Das alte Brick. Na, sagen wir mal, er hat als Kapitalist für die Inhalte. Aber ich habe nie jemanden auf seine Seite. Was? Diese Session ist over, Mr. Tokai. Es ist Zeit für dich zu gehen. Warte! Es ist nicht over. Nicht, bis ich so sage. Hörst du mich? Ich werde dich holen. Er war nicht auf dem Colonel. Also ein eigenständig agierender. Und wie komme ich hier raus? Ah. Drücken. Komm, schieb die Scheiße zu Seite. Oh, danke. Treten. Achso. Bäm. Jetzt bin ich wieder... Achso, jetzt bin ich in der Küche hier. Da, wo ich die Tür nicht aufgekommen habe. Oh, erstmal vorsichtig hier. Aber ich denke, er wird weg sein. Ich denke, er wird sie verkrümelt haben. Ich denke, was das für das ist. Es muss die Power zu geben, wenn du das nicht so auskommst. Hä? Benutzen. Ich glaube, eine fehlt noch eine Sicherung. Richtig? Ach ne, hier drin war ich. So. Das hier ist die dritte. Okay, da drüben lag... Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das in der Notiz war. Aber wo er hinkommt, tue ich eh nicht, sonst fahre ich wieder runter. So. Ich hoffe, es hat diese hohe Tür geöffnet. Oh, das knarrt hier ja ganz schön auf dem alten Fußboden. Was ist mit all dieser Sicherheit? Vielleicht ist es von... Ah, ja. Die Geschichte der Psychologie. Ich weiß, wie dieses Messer ist mein Herz. Aha. Ein großer Lieder ist eine große Schmerzen. Die Biografie ist ein blöden Schmerzen. Ich kann dir einen Warnung, der würde die Kollektion erfüllen. Lass mich raten, der Oberst? Sniper's Armoury. Usage, Maintenance, Evidence, Removal. Ein klassisches Beispiel eines instantbestsellers. Da läuft doch ein Radio. Und noch eins. Warte mal. Ah, hier ist auch noch was. Okay, dieses Grammophon kann ich nicht bedienen. So. Dann mal eine Etage nach unten. Was war das? Da war doch eine Tür. Ah, was ist hier los? Hier kann ich nicht rein, auch wenn das hier so komisch leuchtet. Jesus Christus! Was zum... Was war denn wohl hinter dieser Tür auf mich? Da wurde einer enthauptet, kann es sein? Ja. Ja. Ja.